Wenig bekannt ist, dass Stromunfälle häufig schwere und schwerste Verletzungen zur Folge haben, die oft tödlich enden. Am häufigsten ereignen sich Stromunfälle im Niederspannungsbereich zwischen 50 und 1000 Volt. Also in dem Bereich, der im Haushalt und in Betrieben hauptsächlich vorkommt. Auch dort besteht Lebensgefahr. Die Gefährdung wird in dem Moment akut, wenn der menschliche Körper in den Stromkreis einbezogen wird. Überbrückt der menschliche Körper zwei Punkte, die eine Spannungsdifferenz aufweisen, dann fließt Strom durch ihn, wie durch einen elektrischen Verbraucher. Die Stärke des Körperstroms hängt dabei vom elektrischen Widerstand des menschlichen Körpers ab. Wegen der unterschiedlichen Stromwege von Hand zu Hand oder von Hand zu Fuß und anderer Faktoren, wie Hautfeuchtigkeit und Kontaktfläche, wurde für alle sicherheitstechnischen Überlegungen ein Mittelwert von 1000 Ohm für den Körperwiderstand festgelegt. Die Auswirkungen, die ein elektrischer Schlag auf den menschlichen Körper hat, hängen neben der Höhe der elektrischen Spannung im Wesentlichen von drei Faktoren ab. Von der Stärke des Stroms im menschlichen Körper, von der Dauer des Stromflusses und von der Stromart. Das ist ein Turnier des Stromfluss, von der Stärke des Stromfluss, von der Stromfluss und die Stromfluss auf den Stromfluss. SOLDIER